Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mein Name ist Dirk Becker von Grün-Weiß-Eimsbüttel und ich bin heute in einer glücklichen Lage, für ElbkickTV meine Traumelf vorstellen zu dürfen. Wir haben im Tor Patrick Wittel von Grün-Weiß-Eimsbüttel, ein überragender Torsteher, der es auch versteht, im Feld zu spielen. Ich habe mit ihm zusammen Sport studiert und unser Sportdozent hat immer gesagt, Patrick ist eine Art Libero, weil er einfach so gut Fußball spielen kann. Ich denke, das ist eine Ausnahme als Keeper. Auf der linken Seite haben wir Klaas Kruse, ebenfalls von Grün-Weiß-Eimsbüttel, ein technisch beschlagener Außenverteidiger, der allerdings auch sehr, sehr hart am Mann sein kann. Das Abwehrzentrum bilden Marcel Desailly und Jürgen Kohler, zwei Abwehrrecken, die körperlich, glaube ich, schon durchaus Eindruck finden können. Und auf der rechten Seite eine Hamburger Fußballlegende, Andy Brehme, mein großes Vorbild. Überragende Spieler rechts wie links, sowohl auf dem Feld als auch im ZDF Sportstudio, gar keine Frage. Hinter Andy Brehme muss ich natürlich auch mein großer Kompagnon Dirk Hellmann überhaupt nicht verstecken. Aktuell, beim Wähler TSV unter Vertrag, versteht er es, Technik und Kampf wie kein Zweiter zu vereinen. Auf der rechten Seite Icke Hessler, einer der glorreichen WM 90 Helden, eigentlich ein Zehner. Bei mir spielt er jetzt mal auf der rechten Außenbahn, im Rautensystem wird er das auch packen. Auf der Nummer 10, Thomas Sobiray, unser Zehner bei GWE. Überragender Typ, überragender Spieler, abschlussstark, versteht auch einfach sich als Vorarbeiter in Szene zu setzen. Toller Typ. Auf der linken Seite spiele ich selber, warum auch nicht, ist ja meine Traumelf. Und das Sturmduo bilden Rudi Völler und Stefan Kunz. Ich glaube, über die beiden muss keiner mehr ein Wort verlieren. Wenn die beiden in Szene gesetzt werden, dann knattert das im Strafraum des Gegners. Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Entschuldigung bei viele Automen sexualität. Auf deralltich기로 Und dann synchron flash complimentary. Punkt mit dem Gericht.